Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine, hörst, ich halte meine Schwiegermutter nicht mehr, ich will die loswerden, ich kann es ja nicht irgendwie so offensichtlich, geht ja nicht. Sagt der, weißt du, was ich überquete, du kaufst dir ein ganz schnelles Auto und mit dem Fahrt und dann hat der einen Unfall und das rammt sich alles selber weg. Na bitte, der kauft dir einen Golf GTI, wirklich noch schön auffrisiert, die Fahrt nach zwei Wochen treffen, die Fahrt hat eine Botzenfreude mit dem Auto. Sagt der, es wird nichts, die hat eine Botzenfreude mit dem Auto, kein Unfall, sagt der, nix, was heißt der, ein Golf hast du gekauft, na nix, kauf ein Jaguar. Zwei Wochen später treffen sie sich wieder, sagt der, und, was ist, sagt der, botzt nicht, die geht runter, macht das Garagentiertel auf, weg, weh, weh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.